In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Stammfunktionen von Sinus- und Cosinus-Funktionen bilden kann oder vereinfacht gesagt das Aufleiten von Sinus- und Cosinus-Funktionen. Als erstes ein paar wichtige Hinweise, um die kommende Formel leichter zu verstehen. Zuerst Sinus und Cosinus sind natürlich immer verketterte Funktionen. Das bedeutet für uns, es gibt immer eine äußere Funktion und eine innere Funktion. Wenn wir uns jetzt diesen Funktionsterm anschauen, das ist eine Cosinus-Funktion, dann können wir ganz leicht identifizieren, was äußere und was innere ist. Die äußere Funktion ist natürlich die Cosinus-Funktion und die innere Funktion ist dieser Term in der Klammer, in diesem Fall 2x-4. Also auf diese Weise kann man bei trigonometrischen Funktionen sehr leicht identifizieren, was innere und was äußere Funktionen sind. Zweitens, früher oder später ist es natürlich notwendig, diese äußere Funktion aufzuleiten. Deshalb als kleine Hilfestellung, eine kleine Erinnerung an die Ableitung von Sinus und Cosinus. Also Sinus war ja abgeleitet Cosinus, Cosinus war abgeleitet Minus-Sinus, Minus-Sinus ist abgeleitet Minus-Cosinus und Minus-Cosinus wiederum Sinus. Also, wenn man diesen Kreislauf im Urzeigersinn durchläuft, hat man die Ableitung der Sinus- und Cosinus-Funktion. Das bedeutet für uns indirekt, wenn wir gegen den Urzeigersinn das Ganze betrachten, haben wir natürlich die Stammfunktion. Also, so einfach ist, mit Hilfe dieser Schema, sich die Stammfunktion für Sinus und Cosinus zu merken. Und jetzt ist es Zeit für die Formel. Naja, um ehrlich zu sein, ist das nicht wirklich eine Formel, sondern eher zwei Schritte, die man immer nacheinander auf die gleiche Weise durchführen muss. Damit kommt man sehr schnell zum Ziel. Schauen wir uns mal an, was damit gemeint ist. Wir haben jetzt unsere Funktion von vorher. Da haben wir gelernt zu identifizieren, was äußere und was innere Funktion ist. In diesem Fall kümmern wir uns erstmal um die äußere Funktion, das ist die Cosinus, die grüne. Die äußere Funktion wird dabei immer aufgeleitet, so wie wir es vorher anhand dieses Kreislaufs gesehen haben. Die innere Funktion stattdessen wird abgeleitet und in Kehrwert geschrieben. Das hört sich erstmal schrecklich an, ist aber eine sehr einfache Sache, wie wir gleich sehen werden. Also, fangen wir an mit der Stammfunktion. Wir haben gesagt, wir leiten zuerst die äußere Funktion auf. Das heißt, Grosse von x ist dann Sinus von 2x-4, die innere bleibt dabei unverändert. Und jetzt kommt die innere Funktion. Also, die wird abgeleitet. 2x-4 abgeleitet sind zwei. Und im Kehrwert geschrieben, natürlich bedeutet das mal ein Halb. Auf diese Weise kann man praktisch immer trigonometrische Funktionen aufleiten. Schlussfolgend können wir auch einfach sagen, die Stammfunktion einer trigonometrische Funktion heißt immer, äußere Aufleitung mal der Kehrwert der inneren Ableitung. An dieser Stelle will ich vollständigkeitshalber noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar, diese Regel gilt nur, wenn die innere Funktion linear ist. Was heißt linear? Das heißt eine geradengleichung. Wir können auch hier nachvollziehen, 2x-4 ist eigentlich eine geradengleichung. Wenn ihr euch fragt, ja was passiert, wenn es nicht der Fall ist, da kann ich beruhigen, dieses Video ist auf Abiturniveau geschnitten. Eine Abiturprüfung kann nicht vorkommen, dass die innere Funktion nicht linear ist beim Aufleiten. Also, das lernt ihr erst später im Studium. Und jetzt schauen wir uns natürlich einige Beispielaufgaben an. Als erstes, wir fangen natürlich entspannt an. Mit f von x ist gleich 3 Sinus x. Wir erinnern uns, Sinus ist die äußere Funktion und das, was in der Klammer steht, ist die innere Funktion. Mit der Taktik, die wir vorher besprochen haben, haben wir dann für die Stammfunktion Sinus wird natürlich zu Minus-Cosinus und dieses Minus-Vorzeichen ist es immer vorteilhaft, wenn man es vor der Konstante zieht. Also, wir haben dann Minus 3 Cosinus von x. Und jetzt kommt der Kehrwert der inneren Ableitung. Das ist in diesem Fall sehr einfach. x abgeleitet ist 1. Also, theoretisch hätten wir hier 1 durch 1. Aber das können wir uns natürlich sparen. Also, zusammengefasst können wir sagen, die Stammfunktion lautet dann Minus 3 Cosinus von x. Und natürlich gäbe theoretisch noch diese Konstante hier hinten, plus c. Aber die werden wir jetzt, oder darüber werden wir jetzt in diesem Tutorial nicht sprechen. Deshalb werde ich sie ab jetzt ignorieren. Zweite Beispielaufgabe ist, f von x ist gleich Sinus von 2x-Pi. Wir fangen natürlich genauso wie vorher an mit der äußeren Funktion, also mit der Sinus-Funktion. Und sagen dann, ok, Sinus aufgeleitet ist wieder Minus-Cosinus. Dann haben wir Minus-Cosinus von 2x-Pi. Und jetzt kommt die innere Funktion. 2x-Pi abgelatet sind natürlich 2. In Kehrwert geschrieben ist das 1 halb. Das einzige, was wir hier noch machen könnten, ist diese Konstante, diese 1 halb nach vorne ziehen. Entsprechend werden wir dann Minus 1 halb Cosinus von 2x-Pi haben. Das ist jetzt sozusagen die saubere Darstellung. Dritte Aufgabe sieht wie folgt aus. F von x ist 2 Drittel Cosinus von Px-1. Wir legen wieder los mit der äußeren. Das heißt, Cosinus aufgeleitet ist natürlich Sinus. 2 Drittel als Konstante wird einfach mitgenommen. Und wir haben dann 2 Drittel Sinus von Px-1. Und jetzt die innere Funktion ableiten. P mal x abgeleitet sind natürlich P. Und die Minus 1 fällt weg. Der Kehrwert von P ist 1 durch P. Wenn wir an dieser Stelle noch ein bisschen zusammenfassen. Also wir können 2 Drittel mal 1 durch Pi rechnen. 2 mal 1 sind 2. Und 3 mal Pi sind natürlich 3 Pi. Die Konstanten, die wir wieder nach vorne ziehen. Sinus von Px-1. Die vierte Beispielaufgabe sieht dann so aus. Auch hier fangen wir mit der äußeren Funktion an. Das bedeutet mit der Cosinus-Funktion. Und Cosinus aufgeleitet war ja wieder Sinus. Also, wir übernehmen die Konstante. Minus 2 Sinus von 2 Fünftel x. Und jetzt kommen wir uns wieder um die innere Funktion. 2 Fünftel x abgeleitet sind 2 Fünftel. Im Kehrwert bedeutet das 5 Halbe. Was wir hier noch ein bisschen machen können, ist kürzen. Die 2 hier vorne kürze ich mit dieser 2 und dann haben wir nur noch minus 1 mal 5 sind entsprechend minus 5 Sinus von 2 Fünftel x. Bei der letzten Beispielaufgabe will ich noch auf eine kleine miese Sache hinweisen. Wir schauen uns jetzt dieser Funktionsterm ein bisschen genauer an. Also, wir haben hier f von x ist gleich Sinus von 3x minus Pi plus Cosinus von 2 Pi. Naja, was sieht hier verdächtig aus? Verdächtig sieht auf jeden Fall dieser hintere Term aus, weil er eigentlich gar keine Variable beinhaltet, also gar kein x. Und tatsächlich, das ist ja eigentlich nur eine Zahl. Wenn ihr ein bisschen darüber nachdenkt, dann könnt ihr euch vielleicht die Schaubilder oder das Schaubild der Kosinusfunktion vorstellen. Und an der Stelle 2 Pi hat die Kosinusfunktion den Wert 1. Das bedeutet, Cosinus von 2 Pi wäre eigentlich nur eine 1 hier hinten. Eine stingnormale Zahl. Und das müssen wir natürlich beim Aufleiten auch berücksichtigen. Alternativ könnt ihr natürlich auch in den Taschenrechner eintippen. Der Taschenrechner wird natürlich das gleiche sagen. Also, dann zu der Stammfunktion. Wir können uns erstmal wieder um unsere Anfangsfunktion, Minus Sinus. Minus Sinus aufgeleitet sind natürlich wieder Cosinus von 3x minus Pi. Dann die innere Ableitung ist 3 und in Kehrwert geschrieben ist natürlich mal ein Drittel. Und hinten müssen wir eigentlich nur diese 1 aufleiten. Also, 1 aufgeleitet sind natürlich ein x oder nur x geschrieben. Das Einzige, was man hier noch machen könnte, ist diese ein Drittel nach vorne ziehen. Aber damit ist der Term eigentlich schon aufgeleitet, beziehungsweise die Stammfunktion ist schon bereits fertig. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es gibt natürlich noch andere wichtige Regeln für die Abiturprüfung. Und andere natürlich auch die Grundlagen wie Potenzfaktor und Summenregeln. Dann die Stammfunktionbildung bei der E-Funktion ist sehr wichtig. Oder verallgemeinert für alle verkehrten Funktionen dieser Gesetz, diese lineare Substitution anzuwenden. Aber nicht zu vergessen, auch noch die LN-Funktion spielt eine wichtige Rolle. Wenn bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Dann die Stammfunktion, die Stammfunktion ist sehr wichtig.